Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir mal wieder sehr, sehr viele neue Informationen zu kommenden Lego-Sets. Ein paar nette Sachen sind mit dabei, ein paar Ankündigungen sind mit dabei und leider auch wieder ein paar teure Sachen. Aber gut, da kommen wir dann später zu. Erstmal hier das erste Set zu Marvel's What If. Das ist eine neue Serie auf Disney+. Diesmal ist die animiert und stellt quasi alternative Universen dar zum Marvel MCU. Was es genau sein wird, die Serie hat noch nicht angefangen. Deshalb wissen wir leider auch nicht so viel über das, was hier in diesem Set mit dabei ist. Wir wissen aber, dass es 35 Euro UVP kosten wird, 369 Teile enthält und drei Minifiguren. Und das Set wird wohl auch ganz normal in den freien Handel kommen. Also jeder Lego-Händler, der die anderen Sets hat, sollte das hier jetzt auch bekommen, insofern er das bestellt. Die Minifiguren finde ich hier eigentlich ganz nett. Den einen kann man jetzt hier noch nicht genau zuordnen. Wir haben aber nochmal Valkyrie mit dabei. Warum das jetzt sie ist, vielleicht hat sie mal eine größere Rolle in der Serie oder so. Die gab es schon mal vorher in den Thor Ragnarok-Sets. Wäre natürlich noch cool gewesen. Ich weiß, vielleicht passt es nicht zu der Szene aus der Serie mit, aber ich wünsche mir, dass sie irgendwann noch dieses fliegende Pferd bekommt, welches sie in Endgame hat. Und dann haben wir auch noch hier den Iron Man mit dabei, beziehungsweise, naja, eigentlich ist es Tony Stark mit seinem Black Sabbath T-Shirt in Lego-Optik. Das hat er damals im Avengers-Film getragen. Sehr cool, das hier nochmal als einzelnes Teil zu bekommen. Für die Figur werde ich das Set wahrscheinlich auch kaufen. Mal schauen, was die Serie taugt. Und dieser weitere, naja, Hulkbuster-artige Mächte hier am Start ist, den brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Dann wird es auch noch ein weiteres Disney Castle geben. Und zwar in dem Fall aus dem Film Frozen, den Eispalast von Elsa. Ja, das Ding, das dürfte wahrscheinlich was von meiner Schwester sein. Mit der habe ich damals den Film zusammen geguckt. Alleine würde ich den jetzt nicht unbedingt nochmal gucken. Aber ich kann verstehen, wo der Hype herkommt, den der Film damals hatte. 1.700 und 9 Teile sind mit dabei. Eine UVP von 210 Euro, was schon sehr, sehr ordentlich ist. Aber es ist ein Disney-Lizenzprodukt mit Prinzessinnen und so weiter. Und es sind auch relativ große Teile mit dabei. Das entschuldigt das natürlich nicht. Es ist halt immer noch eine sehr, sehr hohe UVP. Zumindest die 10 Euro auf 200 Euro, finde ich, hätte man hier noch kürzen können. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt das Teil mir eigentlich schon ganz gut. Diese blauen Steine hier überall, die das Eis andeuten. Dann im Inneren diese Treppen, die dort drin sind. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und dann ist es halt auch nochmal ein sehr, sehr hohes Set. Es sind jetzt in dem Fall die Mini-Dolls mit dabei. Ich persönlich hätte die normalen Minifiguren bevorzugt. Man kann die normalen Minifiguren natürlich auch noch aus der Minifiguren-Serie, die es mal gegeben hat, sich herausziehen. Und diese kleinen, ich denke, das sollen so halt so Kuschel-Teddybären-artige Dinger sein, wenn ich das richtig interpretiert habe. Die sehen eigentlich auch ganz nett aus. Vielleicht ist das was für den einen oder anderen Frozen-Fan. Dann geht es weiter mit der Lego-Con. Ja, es gibt ja die Comic-Con, das ist ja vor Ort. Dieses Jahr soll es aber eine digitale Messe von Lego geben, wo man sich halt schätze ich mal einen Livestream angucken kann. Das gibt es ja auch bei Apple oder bei Samsung, wo die dann halt ihre neuen Produkte vorstellen und dann alle im Livestream hängen und sich das angucken. Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ich hoffe, dass es nicht zu zäh wird. Hier seht ihr das, was auf dieser Lego-Con dann wohl passieren wird. Am interessantesten dürfte wohl die Star-Wars-Neuheit sein, die sie hier vorstellen wollen. Ich schätze mal, dass entweder das Republic Gunship vorgestellt wird oder dass es sich hierbei um die ganz normalen Neuheiten handelt, die ja jetzt demnächst erscheinen. Die wurden ja immer noch nicht offiziell von Lego vorgestellt, sondern waren halt in dem Katalog drin, den sie aus Versehen veröffentlicht haben. Dann werden auch die Super Mario-Sets noch vorgestellt und es gibt halt noch so ein paar Interviews und so ein bisschen anderes Zeug. Ich denke, das werden aber die großen Neuheiten hier sein. Mal schauen, was das zu bieten hat. Ich werde es mir angucken und dann eine Zusammenfassung hochladen oder sowas in der Art. Am 26. Juni findet das digital online statt. Dann haben wir auch noch weitere Bilder zu neuen Adventskalendern. Falls ihr die nicht gespoilert haben wollt, dann skippt jetzt zu diesem Timestamp, den ich hier jetzt einblende. 3, 2, 1. Wir haben hier einmal den neuen Harry-Porter-Adventskalender, wieder basierend auf den ersten Filmen. Dann haben wir hier den Star-Wars-Adventskalender. Den hatte ich euch ja im einzelnen Video auch schon vorgestellt. Beim City-Adventskalender ist jetzt nichts groß bahnbrechend Neues mit dabei, zumindest von dem, was man jetzt hier sehen kann. Das, was ihr auf den Bildern gerade seht, das ist natürlich nicht alles, was in Adventskalendern enthalten sein wird. Genauso wie dann auch der Marvel-Superheroes-Adventskalender zum ersten Mal in diesem Jahr. Ziemlich cool finde ich hier den Spider-Man mit dem gelben Umhang. Der Iron Man im Ugly Christmas-Sweater, der sollte hier auch exklusiv in diesem Set sein. Ich werde, denke ich, den Marvel-Star-Wars- und Harry-Porter-Kalender hier auch auspacken. Und ich verstehe nicht ganz, warum sie immer noch keinen Niago-Adventskalender gemacht haben. Ich meine, das würde laufen wie kein anderer. Dann bekommen wir auch noch in diesem Jahr neue Lego Jurassic World-Neuheiten. Einmal hier ein kleines Duplo-Set. Das sieht eigentlich ganz niedlich aus hier mit dem Triceratops und dem T-Rex. 30 Euro für 36 Teile. Jo, das ist halt wieder die Duplo-Reihe. Aber die anderen Sets, die sind auch nicht unbedingt viel besser. Einmal haben wir hier die Flucht des Stü-Gimoloch. Ihr wisst, was ich meine. Das Teil hatte dann halt hier den Stü-Gimoloch mit dabei. So wie dieses Ranger-Fahrzeug ist ein 4-Plus-Set. Deshalb sehr, sehr basic, wie man hier auf den Bildern sehen kann. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was ihr für diese 129 Teile hinlegen müsst. 40 Euro Liste UVP. Das ist einfach wieder viel zu viel für das, was man hier geboten bekommt, meiner Meinung nach. Aber es wird nicht besser mit den Nicht-4-Plus-Sets. Wir haben hier das T-Rex-Skelett in der Fossilien-Ausstellung. Das ist schon fairer vom Preis her, finde ich. Dafür bezahlt ihr jetzt hier 30 Euro. Aber natürlich auch noch weit weg von perfekt. Das Skelett an sich finde ich eigentlich ziemlich cool. Das kann man sich gut so hinstellen. Es ist auch nicht weiß, wie jetzt damals diese Skelette gewesen sind, die es in der Ideas-Reihe gegeben hat. Sondern halt so intern. Leider aber auch nicht mit allen Elementen intern. Warum sind jetzt hier wieder manche Elemente weiß? Das ergibt für mich einfach gar keinen Sinn. Das muss doch alles in einer einheitlichen Farbe sein. Oder zumindest mal ein bisschen dunkler. Dann sind hier noch Noppen an der Seite offen. Unten die Gelenke sind dann wieder schwarz. Was allerdings cool ist, das hat durch die Gelenke auch die Möglichkeit, dass man damit halt spielen kann. Mit diesem Skelett nachts im Museum oder sowas kann man damit dann vielleicht nachspielen, dass es halt durch die Gegend läuft. Dann gibt es noch die Verfolgung des Kano Taurus. Der wurde ja damals zum zweiten Jurassic World Film eingeführt. Hier ist er jetzt nochmal zurück mit einem 6x6 Fahrzeug und einem Helikopter dazu. Ja, auch hier haben wir 240 Teile mit dabei und eine UVP von 50 Euro. Gefühlt immer teurer, um es mal so zu sagen. Haben die Flucht des Baryonyx mit dabei, mit einem Schiff und dann halt dem Dino hinten drauf. Ich kann mir vorstellen, dass das schon eine sehr coole Spielfunktion ist. Aber dieses Schiff, das sieht so aus, als ob das jemand aus dem Kindergarten gebaut hätte. Da ist ja nichts drauf, damit das irgendwie cool aussieht. Ja, so ein paar Gefängnisdinger da oben drauf. Hier vorne so ein Turm. Ein Sticker natürlich auch noch. Und dafür wollen sie dann wieder 80 Euro haben. Ich meine, dass es hier noch nicht mal neue Moles sind. Wenn sie jetzt wenigstens neue Moles hier eingeführt hätten bei dem Kano Taurus und hier dem Baryonyx, dann hätte ich es ja noch halbwegs verstanden. Aber das sind ja alles schon Moles, die so von vorherigen Sets existieren. Weitere Sets werden dann auch noch zum dritten Jurassic World Film erscheinen. Allerdings wurde der ja noch nach hinten geschoben und dementsprechend wurden auch die Sets nach hinten geschoben. Dann gibt es auch noch weitere Monkey Kid Set Bilder für Sommer 2021. Da werden drei Sets erscheinen. Scheinbar scheint die Reihe ja im asiatischen Raum, wo sie ja eigentlich für gemacht ist, gut zu laufen. Als ich jetzt das letzte Mal im Lego Store gewesen bin, habe ich die Sets dann nicht mehr gesehen. Vielleicht haben sie sie bei uns aus den Regalen verbannt. Online sind sie jedenfalls, glaube ich, noch bestellbar. Die erscheinen am 1. Juli 2021. Einmal haben wir hier das Sandys Power Mech. Da ist es dann wieder ganz in Ordnung mit dem Preis pro Teil. Hier ist ja auch noch eine Big Fig mit dabei. Wir haben 520 Einzelteile für 45 Euro UVP. Mich juckt dieser Mech persönlich überhaupt nicht. Ich muss sagen, die Monkey Kid Reihe wird immer abgedreht. Mal abgesehen von diesem legendären Berg, den wir jetzt in der letzten Welle gehabt haben. Wir haben dann hier noch Pixies Nudelwagen. Das ist dieses Schwein, was quasi ein Koch ist, mit der Mistgabel noch in der Hand. Das Ding erscheint für 50 Euro. Die Minifiguren sind ja auch ganz nett. Dieses Kettenfahrzeug sieht auch okay aus. Vielleicht ein bisschen interessanter ist dann hier noch der The Bone Demon mit 1.375 Einzelteilen. Das Ding kann man wohl sehr, sehr viel auseinanderbauen, neu zusammenstecken. Hier seht ihr, da kann man entweder dieses große Teil bauen oder halt viele einzelne kleinere Teile. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Die Minifiguren sehen hier vor allen Dingen auch ganz nett aus. 100 Euro UVP. Wir haben hier leuchtende Elemente mit dabei. Glow-on-the-Dark-Elemente. Ja, mal schauen. Das wäre vielleicht ein Set, was ich mir noch kaufen würde. Bei den anderen sehe ich jetzt nicht so den großen Kaufreiz drin, ehrlich gesagt. Dann gibt es von Lego Batman auch bald ein neues Set. Und zwar hier eine weitere Maske. Ja, ich weiß. Die gibt es quasi so schon. Nur diesmal basiert sie halt auf der TV-Serie. Könnt ihr daran sehen, dass es so ein bisschen blau angelehnt ist und dass die Maske halt ein bisschen anders aussieht. Das Ding ist, dieses Teil hat jetzt 372 Einzelteile mit dabei. Und Lego möchte dafür jetzt 60 Euro haben. Für dieses kleine Ding, was ehrlich gesagt noch nicht mal wirklich cool aussieht, wollen sie dann wieder 60 Euro haben. Das werde ich persönlich nicht bezahlen. Ich werde vielleicht die Maske irgendwann kaufen, aber das würde ich dann eher mit Rabatt machen. So wie es jetzt gerade aussieht, ja, ist das auch wieder einfach ein sehr, sehr teures Set. In der Lego City-Reihe hätten eigentlich jetzt im Juni schon neue Sets erscheinen sollen zur neuen Stunts-Serie. Das war ein neues Themengebiet, quasi Unterthemengebiet von City. Die wurden aber jetzt nochmal verschoben, werden dann jetzt im August erscheinen. Und hier sind die ersten Bilder dank dem Lego-Katalog. Wir haben hier einen neuen Mechanismus quasi mit dabei. Diese Motorräder, die könnt ihr in die Hand nehmen und da müsst ihr halt dreimal so zurückziehen und dann halt könnt ihr die halt losfahren lassen. Sowas hatte ich damals als Kind auch schon. Das ist jetzt, glaube ich, kein wirklich neues System, aber in diesem kleinen Format dürft ihr vielleicht nochmal eine ganz nette Spielfunktion mit einbringen. Die werde ich auf jeden Fall testen. Interessiert mich, wie das funktioniert und ob das überhaupt was taugt. Wir haben dann jedenfalls hier verschiedene Sets. Einmal den Stunt-Park 69293. Das Ding wird für 30 Euro erscheinen. Dann wird dann hier den Stunt-Show-Truck. Das Teil wird für 60 Euro erscheinen. Das sehe ich da persönlich auch nicht so ganz. Die Stunt-Show-Arena haben wir hier auch noch mit verschiedenen Monster-Trucks mit dabei. Soweit ich das jetzt hier erkennen kann, funktioniert dieser Mechanismus leider nicht mit den Monster-Trucks. Und dann haben wir halt hier nochmal die einzelnen, da haben wir hier nochmal den Stunt-Wettbewerb mit zwei kleineren Motorrädern, sowie auch noch Einzel-Packs, wo man dann verschiedene Farben der Motorräder und verschiedene Fahrer sich auch nochmal ergattern kann. Das Positive hier bei einem so einem Stunt-Bike liegt bei 8 Euro. Das finde ich als Einstiegspreis schon mal besser als jetzt diese großen Sets, die ja schon wesentlich teurer sind. So eins werde ich mir, denke ich, so einfach mal zum Ausprobieren holen. Mal schauen, wie das dann für 8 Euro sich schlägt. Und in der Lego-Technik-Reihe wird es auch noch neue Sets geben. Drei an der Zahl. Von zweien haben wir jetzt die Bilder. Einmal die 42128, den Heavy-Duty-Tau-Truck. Das Ding sieht eigentlich ganz akzeptabel aus. Das Teil kostet 150 Euro, hat jetzt hier auch noch pneumatische Elemente mit dabei. Scheinbar keine Batteriebox oder ähnliches. Es ist hier, wie man unten sehen kann, 58 Zentimeter lang. Das sieht doch mal wieder ganz ordentlich aus. Die Farbgebung spricht mich persönlich jetzt nicht so ganz an. Ich hätte mir eher ein Remake von dem schwarzen Tau-Truck gewünscht, den es damals gegeben hat. Aber gut, man kann nicht alles haben. Viele Aufkleber werden hier natürlich auch wieder mit dabei sein. Die werde ich einfach weglassen, weil die jetzt für das Modell nicht wirklich entscheidend sind. Schön auch mal wieder was mit Pneumatik zu bekommen. Und dann wird es auch noch hier den Mercedes-Benz 4x4 Cetros geben. Ja, wenn man sich einfach mal die Google-Ergebnisse anguckt, beziehungsweise die Google Analytics anguckt, Cetros versus G-Klasse, dann ergibt es für mich einfach keinen Sinn, warum sie hier nicht eine G-Klasse genommen haben, da sie ja offensichtlich öfters gesucht wird und damit mehr Nachfrage dafür besteht. Denn dieser Cetros, der hat ja auch nicht mehr Funktionen als eine G-Klasse. Ihr könnt hier jetzt nicht irgendwie was mit dem Kranarm oder sowas machen, wie es hier aussieht. Wie viele Motoren jetzt genau dabei sind, weiß ich nicht. Vielleicht wäre mal ganz cool, wenn die Vorder- und die Hinterachse jeweils einen individuellen Motor bekommen, plus dann halt noch mal eine Lenkung. Vielleicht kann man, hier die Achse vorne sieht relativ massiv aus, vielleicht kann man die Höhe der Federn noch irgendwie einstellen über die Fernbedienung. Aber ansonsten, für eine UVP von 300 Euro geht mit dem Ding nicht sonderlich viel ab. Und mal gespannt, ob hier noch irgendwelche Funktionen, abgesehen jetzt von der Lenkung und von dem Vorwärts- und Zurückfahren, mit dabei ist. Und vor allem, wie er sich im Gelände macht. Ich schätze mal, das ist ein Fahrzeug, was extra dafür gemacht ist. Ich werde es auf jeden Fall dann mit dem G700 testen, den ich ja hier schon reviewt habe. Dann gab es ja vor einiger Zeit auch schon die Bilder zu den neuen Lego-Star-Wars-Sets. Jetzt wurden zwei dieser Sets offiziell vorgestellt. Und zwar hier einmal das Duell on Mandalore. Da habt ihr jetzt halt hochauflösende Bilder. Hier Ahsoka vs. Maul. Die Maul-Figur ist hier scheinbar exklusiv in diesem Set. Wie lange sie das bleibt, das wissen wir natürlich noch nicht. Sie gefällt mir aber eigentlich schon mal ganz gut. Dann hier den Thron. Da könnt ihr halt hinten das Fenster noch mal raussprengen. Und wir haben hier auch noch diese Gefangenenzelle von Maul. Ja, das sieht eins zu eins aus wie ein Kühlschrank. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich bin mal gespannt, wann Disney damit anfängt, eigene Kühlschränke in dieser Optik zu verkaufen. Das Ding erscheint für 20 Euro am 1. August 2021. Genauso wie dann auch hier der Mandalorian Starfighter. Der erscheint nicht für 20 Euro, aber der erscheint auch am 1. August 2021 für 60 Euro UVP. Den Starfighter an sich, der sah auf den Katalogbildern ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Jetzt muss ich hier an der Ecke, das sieht schon sehr, sehr kantig noch aus. Und andere Elemente von diesem Starfighter, wie zum Beispiel hier vorne das Cockpit, wo ja noch eine Riesenlücke mit drin ist, das sieht auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Da wäre mir der alte schon ein bisschen lieber gewesen. Das hat damals 50 Euro kostet, jetzt nochmal 60 Euro. Ich habe mir sowieso gesagt, dass ich, wenn ich dieses Set kaufe, dass ich das Set für die Minifiguren kaufe. Denn das sind auch die coolsten Elemente an diesem Set. Wir haben hier einmal natürlich Bo-Katan mit dabei. Sie wird auch noch eine einzelne Frisur haben und auch einen neuen Print hier mit diesem Teil, was sie halt immer auf dem Kopf trägt. Da freue ich mich drauf. Genauso dann hier auch noch auf Gar Saxon mit seinem neuen Helmteil hier, mit den einzelnen Zacken noch drauf. Ja, das sieht auch schon ziemlich cool aus. Und wir haben dann einmal noch halt neun Mandalorianer-Krieger mit dabei. Der ist aber auch so in der Form, wie er jetzt hier steht, exklusiv. Aber nochmal schön, zwei weitere Clone Wars-Sets zu bekommen. Ich persönlich hätte sie aber eher im letzten Jahr rausgebracht, weil letztes Jahr auch die letzte Staffel Clone Wars erschienen ist. Außerdem wird es demnächst auch noch ein weiteres Lego Ideas-Set geben, den Typewriter oder halt die Schreibmaschine auf Deutsch. Dieses Set wird am 16. Juni 2021 erscheinen für VIP-Mitglieder und am 1. Juli dann auch für alle ohne VIP-Karte verfügbar sein. Eine UVP von 200 Euro hat das Ding und 2.079 Einzelteile sind mit dabei. Was mich an dem Set interessiert, ist natürlich ja diese Fähigkeit, wie man damit schreiben kann. Das dürfte tatsächlich ganz spannend sein, das aufzubauen. Also so wie es in den Werbevideos aussieht, kann man jede einzelne Taste benutzen. Das, die Schreibmaschine schreibt natürlich nicht wirklich, aber man kriegt dann diesen Anschlag quasi und das Teil, wo das Papier drauf ist, das verschiebt sich dann auch immer noch nach links. Das dürfte, glaube ich, ganz spannend sein, wie man sowas bauen kann. Andererseits ist es aber auch so, das Modell baut man wahrscheinlich einmal auf und dann steht es halt nur rum. Dürfte vielleicht was sein für Leute, die überlegen, sich so oder so so eine Schreibmaschine hinzustellen. Ich glaube, da gibt es genauso wie bei dem Ship in the Bottle ein paar Leute, die halt sowas als, naja, Designerobjekt sich gerne in die Wohnung stellen würden. Mir persönlich ist das Set für 200 Euro noch ein wenig zu teuer. Was ich aber gut finde, ist, dass die ganzen Tasten, die ihr sehen könnt, einzeln beprintet sind. Das ist eine gute Nachricht, denn das alles mit Aufklebern zu machen auf diesen runden Tiles, das wäre eine Katastrophe gewesen, um es mal so zu sagen. Jetzt, wo die bedruckt sind, sieht es dann schon definitiv besser aus und halt auch ordentlicher. Wenn man das, ja, das wäre alles schräg gewesen mit Aufklebern, glaubt es mir einfach. Trotzdem sind noch ein paar Aufkleber dabei. Wir haben einmal vorne das Teil und auch nochmal hinten das Teil. Das sind beides Aufkleber. Außerdem ist hier auch noch ein Brief von Thomas Kirk Christensen mit dabei. Ich glaube nicht, dass der Original von ihm unterschrieben ist, sondern es ist halt einfach ein kopierter Brief mit Unterschrift, die Thaler-Unterschrift drunter. Wenn er jetzt original unterschrieben wäre, das wäre vielleicht doch noch ganz cool. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich hinsetzt und da Millionen von Briefe unterzeichnet. Mal schauen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Set sagt und wie es sich verkaufen wird, wie groß die Nachfrage oder der Hype da drum ist. Oder vielleicht schafft es ja irgendjemand auch das Teil so umzubauen, dass man eine richtige Tastatur anschließen kann und dann damit auch auf dem Laptop schreiben kann. Das wäre mal ein cooler Alternativ-Build. Das war es soweit für diese News-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und ciao. Ciao.